So, dann machen wir hier mal spritzisch weiter, worauf gehört haben, in INSIDE. Da, los, verschwinde, Alter. Alter, was ist das? So, wohin jetzt, da? Da oben nicht irgendwo, ja. Wieder hochpulvern hier, zack! Ach nein! Alter! Was ist denn das für ein blöder Dreck, Sau, ey? Die zerquetscht uns, Alter. Richtig. Alter, wieso geht denn das Licht nicht mehr an? Ach, Mann. Kapseide, ich verschwinde. So, baja. Nee, wir fahren w Isaac, nachherlisenddich. Wir machen wirklich ja. Wow, okay. Aber wir wollen hier gerne einen Platz vor. weg darum mann warte mal die dreck sauerwerk einsperren na komm gar nicht gesehen so schnell und noch mal das ist der hammer hier so den rest werden wir schwimmen aber gar nicht mal so schlecht mit der tauchkuh dann rennen wir mal hier den stalingrad berg hoch mal gucken was uns hier erwartet da haben wir schon mal eine tür denke mal die können mal schön einlatschen walter hallo naja kriegt da nicht auch zu schwer boah wird immer größer hier hier kommt bestimmt gleich irgendwas so was haben wir hier passt jetzt gar nichts alter der ganze ding biebt hier 19 ok boah ich weiß nicht ob die tiergeschichte ist keine ahnung keinen plan ey naja da werde ich mit sicherheit nicht hoch kommen weil das ist einfach zu hoch mal gucken was haben wir hier hinten käfig da können wir auch nichts machen ey oh man ey na das wird witzig gehen wir mal ganz nach unten ne sehr schön so 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 alter sind das hier wege ey ist ja der hammer 60 so so Kann ich auch nichts machen ey, oh mann ey, kann er hier ja nichts machen, ist das scheiße. So, was haben wir hier? Immer weiter tiefer runter hier ey. Ich staune, dass ich da einfach so vorbeikomme ey. Was sind das hier für Wege ey? Ist ja nicht mehr feuerlich ey. Äh. Äh, hätt mich gewundert, wenn wir hier nicht hochgekommen wären ey, oh mann. Bisschen langkangeln hier. Sehr schön. Ähm. Ja, noch ein Stück. Ähm. Bisschen Schwung hinnehmen. Ah. Wunderbar. Ah, das wird wohl halten, jawoll. Äh. 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 Komm. Ja. Ja. Wahrscheinlich hier lang. Äh. 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 Mal rein, ihr Faschos alter. Kommt mal mit. Ihr Arschlöcher. es wird geackert so, das Teil möchte ich schieben ran hier weiter, 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 weiter wartet doch mal, ihr missgeburten, noch ein Stück alter so hoch können die mich ja gar nicht schmeißen oh man wie bescheuert ist denn das warte mal das lasse ich jetzt einfach mal stehen kommt man ja hier ach alter, das war nicht mehr normal hier, die Scheißrätsel ey ach, da wird so weit gelaut stelle wahrscheinlich aber das hat jetzt für einen Sinn ey hm, schick ich nicht ey ist doch unlogisch wahrscheinlich hier hoch erst mal ach alter, er kommt so vor wie du schon mal war aber er täuscht ey ist nicht so ach, da oben hängt einer sehr schön ach scheiße nochmal bitte boah, wie komme ich denn da hoch ey okay scheiße komm ich denn da hoch, bitte schön komm ich denn da hoch, bitte schön na, warte mal Genau Alter, drauf musst du kommen, ey Das ist total der Hammer Oh, ihr Wichser Lust, folgt mir Es wird ein bisschen geackert Ihr habt ja nicht umsonst hier Bauhelme auf Ja, das wird lustig Mann, sind da ein Haufen Missgeburten, ey Oh, Mann Oh, fahren wir mal ganz nah oben Bistig, Alter Mann, was ein Gesündel hier, ey Los hinterher, ja So, das Teil Belegt nach unten Also, ein Tick-Tick möchte ich nicht setzen, ey Oder stehen, besser gesagt Ja, ja Geil Die werden ja hier irgendwo sein Schaut, dass ihr das überlebt habt, ey Boah, Mann Ja, werden wir die da noch befreuen Hm, okay Komm ich da irgendwie hoch, ne Sehr schön Danke, Leute Peng Peng Äh Peng Scheiße Scheiße Wie kriegen die da, ey Oh, Mann Ach, komm ey Bleib doch mal da oben Boah, wie kriegen die da hoch, ey Ah Ja, komm Jawohl Sehr schön Guten Abend Kollegen Alles klar Weiter geht's So Dann rennen wir mal ganz nach rechts Weil da sind ja ohne welche Alter, wie weit ist nicht noch Hey, es solltetat Rufle Oh, Mann Ach Ey, es solltetat Rufbleiben Ach, Mann Nein Was macht ihr denn Ah, seid ihr behindert, ey Na, ich würde sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen wir in der nächsten spritzigen Runde weiter Also haut da rein Bis dann